Hi, hier ist Martin von songwriteronline.com und das ist Tipp Nummer 27. Meine Serie 29 Tipps in 31 Tagen. Bald haben wir es geschafft. Der Oktober ist rum, der November kommt. Und heute möchte ich mal über Projekte sprechen, die extrem viele Spuren haben, weil das heutzutage sehr, sehr oft vorkommt. Also man hat sehr viele Loops, oft viel Percussion, sehr viel gedoppelte Gitarren, viele Effektspuren und auch viele Backing-Vocals-Spuren, Lead-Vocals werden gedoppelt. Da verliert man mal schnell den Überblick. Und wir haben jetzt hier so ein Projekt vorliegen. Wir zählen hier jetzt über 50 Tracks, über 50 Spuren. Und das waren aber, glaube ich, über 60. Ich habe schon so ein paar Doppelungen gelöscht, die ich nicht gebraucht habe. Das heißt also, wenn ihr so ein Projekt kriegt, könnt ihr durchaus auch, wenn jetzt irgendwie die Solo-Gitarre viermal gedoppelt ist, könnt ihr auch zwei oder drei davon löschen, wenn ihr sie nicht braucht. Also erstens mal kann man das machen. Und zweitens mal ist dann bei so einem riesigen, komplexen Titel mit so vielen Spuren ist ganz wichtig erstmal die Projektorganisation. Das heißt, ihr könnt es hier schon sehen. Ich habe alle Spuren eingefärbt, dass ich sehr schnell weiß, wo ich bin. Das Schlagzeug ist braun, die Gitarren sind hier rot, der Bass ist hellbraun und so weiter. Sodass ich einen schnelleren Überblick habe über das Projekt. Und es ist auch ganz wichtig, dass ihr Gruppen anlegt. Also was ist sinnvoll, in einer Gruppe anzulegen? Alle verzerrten Gitarren zum Beispiel, wie hier das Schlagzeug natürlich. In dem Fall ist der Bass gedoppelt. Und auch den habe ich hier in eine Gruppenspur gelegt. Das sind eben zwei. Und somit kann ich hier, bei Logic kann man das hier einklappen, somit kann ich hier immer gucken, wo möchte ich arbeiten, an welchem Teil und habe dann dadurch eine viel bessere Übersicht. Jetzt sieht die ganze Sache schon wesentlich aufgeräumter aus. Das Dritte, was ich bei solchen Projekten immer mache, ist, ich konzentriere mich auf, und das ist wirklich ganz wichtig, ich konzentriere mich auf 20 bis 25 Chordtracks. Also auf 20 bis 25 Spuren, die diesen Titel wirklich ausmachen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben hier unglaublich viel, viel Effekte drin. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Loop, ein Drumloop ist es, glaube ich. Oder wir haben hier auch nochmal einen zweiten Loop, der läuft hier nur an der Stelle. Okay, dann haben wir hier zum Beispiel so einen Cutter. Das ist, ich höre, wie sich das anhört. Okay, das ist so ein Schmankerl unten drunter, um bestimmte Stellen zu unterstützen. Dann haben wir hier so eine Support-Spur hier. Die wirklich nur an ganz bestimmten Stellen kommt und dann gar nicht mehr. Und bei diesen Spuren, die schaue ich mir kurz an. Jetzt gerade zum Beispiel dieser Cutter hier, da habe ich gar nichts gemacht, gar nichts in Kanal zugeladen. Wir haben also Spuren, die den Titel ausmachen. Und wir haben Spuren, die nur mehr oder weniger Effekte sind oder die bestimmte Stellen unterstützen. Wenn ich mich jetzt hinsetze und mische und gebe jeder von diesen 52 Spuren meine komplette Aufmerksamkeit oder gleich viel Aufmerksamkeit, dann wird dieser Mix nie im Leben fertig werden. Das heißt, ich mache folgendes. Wie schon gesagt, ich konzentriere mich auf 20, 25 Core-Tracks. Was sind die Core-Tracks, die Kernspuren von so einem Song? Das kann immer unterschiedlich sein. Aber wir schauen es uns mal in diesem Fall an. Wir lassen mal jetzt den Refrain hier laufen. Okay, ist klar. Schlagzeug ist wichtig, Bass ist wichtig, verzerrte Gitarren, Gesang sowieso, relativ viele Backing-Vocals sind dabei. Und dann lege ich relativ schnell fest, nachdem ich den Mix einmal durchgehört habe und so ein bisschen rausgefiltert habe, dann lege ich meine Core-Tracks fest. Also schauen wir mal, was ist jetzt wichtig bei diesem Titel. Bestimmt nicht alle 52 Spuren. Okay. Was macht diesen Titel aus? Wie gesagt, Drums, Bass, Gitarren, Vocals und Harmony-Vocals. Vielleicht noch hier die Strings ab und so. Jetzt versuche ich mal rauszuzählen, diese 20 Core-Tracks. Die Drums hier, die zähle ich als einen Track, weil es ein Instrument ist. Also das Schlagzeug ist wichtig. Eins. Bass ist wichtig, klar. Zwei. Die Gitarren sind sehr, sehr wichtig, hier gerade im Refrain. Die können wir nicht als Gruppe sehen, weil die müssen wir einzeln behandeln. Drei, vier, fünf, sechs. Vielleicht noch die Oktaven spielen hier auch noch eine Rolle. Sieben, acht. Akustische Gitarre, ja. Neun. Solo sehe ich nicht als Core-Track. Das Piano ist hier noch dabei. Zehn. Die Strings. Elf. Dann haben wir hier die Lead-Vocals, auch mit mehreren Spuren. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Und hier diese Harmonies. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Einzwanzig, zweinzwanzig, dreinzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. So. Wenn es jetzt mal siebenundzwanzig sind oder nur neunzehn Core-Tracks, ist es auch okay. Auf die konzentriere ich mich. Das sind meine zwanzig, fünfundzwanzig Core-Tracks. Da lege ich mein Hauptaugenmerk drauf. Diesen Cutter hier zum Beispiel. Den mische ich am Anfang einmal mit dazu, dann rühre ich ihn nicht mehr an. Ich verschwende keine Zeit darauf. Es sei denn, er braucht wirklich in der Behandlung, dass er mehr Heil braucht oder sowas. Aber wenn das gut klingt und den Mix gut klingt, dann mische ich das einmal mit dazu und fertig ist die Laube. Also das ist ganz wichtig, dass ihr euch auf diese Tracks konzentriert, die den Song ausmachen und dass ihr die Effektspuren oder diese Solo-Support-Spuren oder Cutter oder vielleicht nur, wenn der Sänger was flüstert an einer bestimmten Passage, dass ihr die einmal mit dazu mischt und dann liegen lasst. Konzentriert euch auf die Tracks, die den Titel wirklich ausmachen und organisiert euer Projekt gut. Legt Gruppen an, färbt die Spuren ein, benennt sie ordentlich, dass ihr den Überblick nicht verliert. Dann werdet ihr auch in der Lage sein, Tracks mit so, so vielen Spuren recht zügig zu meistern. Okay, ich hoffe euch hilft das, wenn ihr mal so ein Riesenprojekt vorliegen habt, dass ihr euch einfach auf das Wesentliche konzentriert. Rausfiltert, was ist wichtig, welche Instrumente sind wichtig und was ist nur bei Werk, dass ihr das einmal mit dazu mischt und dann liegen lasst und ihr werdet auch solche Projekte recht zügig meistern. Das war es mit dem Tipp für heute. Ich hoffe euch hilft es, ihr schreibt mir was in die Kommentare oder lasst mir ein Abo da. Wir sehen uns morgen beim vorletzten Tipp, glaube ich dann schon. Okay, bis dann. Tschüss.